Hi Leute, willkommen hier bei Green Jaws. Ich bin wieder euer Matze und heute gibt es ein nicht ganz so langes Video. Ich habe auch noch eine kleine Überraschung für euch, die kommt aber erst am Schluss, also unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. Eigentlich sind es sogar mehrere Überraschungen, also eigentlich wird das ganze Video interessant. Es wird aber nicht so lang wie beim letzten Mal der Morgübel, denn heute wollte ich mich einfach nur mal richtig bei euch bedanken, weil wir haben endlich 1000 Abonnenten geschafft. Also richtig geil, das freut mich total. Und es ist jetzt auch richtig schnell gegangen, ich weiß noch, vor nicht allzu langer Zeit, da stand ich ja noch hier im Gewächshaus und habe erstes Video gedreht, weil ich 500 Abonnenten auf dem Kanal erreicht habe und jetzt sind schon die 1000 überschritten. Also ich freue mich total, das ist so mega geil. Vielen Dank an euch für die Unterstützung. Viele sind ja jetzt auch über den Itzi auf den Kanal gekommen und mich würde auch jetzt einfach interessieren, wie bist du speziell auf meinen Kanal gekommen? Hast du es irgendwo im Forum gesehen, hier bei YouTube gefunden, in der Suchanzeige, was auch immer, schreib es doch einfach mal unten in die Kommentare rein, weil das interessiert mich richtig. Ja, dann noch was anderes, weil ihr habt es ja bestimmt schon gesehen, ich habe bei den letzten Videos am Ende immer mal wieder so ein paar Outtakes gebracht, weil es ist nicht immer so ganz einfach beim Drehen und dann entsteht eben viel Ausschuss und da sind manchmal ein paar ganz witzige Sachen dabei. Und wollt ihr das zukünftig auch haben? Das schreibt mir doch einfach mal bitte unten in die Kommentare rein, weil dann würde ich das zukünftig auch immer wieder an Schluss ranhängen, wenn da mal wieder ein paar witzige Sachen dabei sind, sofern ihr es denn sehen wollt. So und jetzt kommt noch eine Überraschung, eine von zweien. Und zwar werde ich nämlich ein neues Format hier einführen in meinem GreenJaws-Kanal. Ich bekomme nämlich immer ganz, ganz viele Fragen von euch gestellt bei YouTube, per E-Mail, bei Instagram, im Forum. Finde ich auch richtig geil. Ich habe bloß leider nicht die Zeit, die alle zu beantworten, weil mein Job ist es nämlich nicht, Fragen zu beantworten, mein Job ist eben hier in der Gärtnerei. Aber ich möchte euch hier trotzdem Hilfestellung leisten und deswegen gibt es dieses neue Format, das wird sich nennen Fragmatze. Und da könnt ihr mir eben exklusiv Fragen stellen und ich werde mir dann die besten Fragen heraussuchen und die dann in einem Video beantworten. Wie das genau funktioniert, das erfährst du dann in Kürze in einem anderen Video, wahrscheinlich schon im ersten Fragmatze-Format. Also seid gespannt. Und bitte seid mir nicht böse, wenn ich eure Fragen nicht beantworten kann. Es ist einfach zu viel. Ich schaffe das nicht. Ich bin hier wirklich so in der Gärtnerei eingespannt. Wenn ich jetzt anfange, die ganzen Fragen zu beantworten, dann hocke ich nur noch am Rechner. Dann kann ich mich nicht mehr um die Pflanzen kümmern. Das ist einfach nicht mein Job. Deswegen habt hier bitte Verständnis und versucht mir auch hier keine Fragen mehr zu stellen, sondern die dann im neuen Format. Und da werde ich sie dann auch beantworten. Und damit sind wir auch schon bei der letzten Überraschung für heute. Es gibt nämlich ein neues Intro. Ich freue mich total. Hier nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Danny, der mir hier sehr unter die Arme gegriffen hat, mich hier total unterstützt hat mit dem Intro. Es ist einfach mega geil geworden. Ich freue mich total und werde es euch jetzt gleich zum Schluss abspielen. Bevor ich das jetzt aber euch zeige, möchte ich einfach nochmal kurz zusammenfassen. Bitte schreibt mir einfach unten in die Kommentare kurz rein, wie seid ihr auf meinen Kanal gekommen, wo kommt ihr her. Das interessiert mich total. Wollt ihr zukünftig auch die Outtakes sehen, dann schreibt es bitte auch unten rein. Und natürlich, wie findet ihr das neue Intro, das jetzt gleich kommen wird. Viel Spaß damit und ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Matze.